der andere war hier hinter Es geht nicht, da ist mehr drauf, oh Kappel, kannst du dich rausziehen? Schwierig. Einer brennt, ist Craig. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Wir haben 60 auf den, der ist One-Shot. Na gut, ich push das Dach. Ich hab einen Snipe-Bide abgefliegt. Ich muss Slow-Heal. Ja, wir werden hier gescannt, ne? Geh mal aus der Bubble raus, Kappel. Dann kann Sub-Sign. Achso, hier geht's auch noch. Oh, die spawnen, die spawnen. Wo ist die hin? Knock! Schön. Ich scanne? Ja, ich hol mir den. Neues Team von hinten. Oh, neues Team, ja. Kannst runter? Ja, aber... Hier, der wird dir jetzt gleich retzen. Ja, wir sollten auch retzen, wegen dem neuen Team. Tja. Tja. In meine Ping-Richtung wird gerätzt. Ja, aber... Ja, ich wollt's nur sagen. Mal resetten. Fenixe. Ist hier. Ich scanne da gleich in die Richtung. Ja, Fenix ist durch. Lass es in die Richtung pushen. Ja, ja. Vor mir. Bin da. 100. Hier drinnen, hinter. Geh direkt vor mir. Okay. Geh direkt vor mir. Ist er im Haus? Ne, der läuft zunächst aus. Hier ist er. Weil der ist immer noch unten gewesen. Hier ist er. Da ist noch ein anderes Team, in das du reinläufst. Okay, die Rafe ist hier links. Danke. Wow, das war echt... Ja, hier rechts war noch wer, ne? Ja, da. Alles getraut. Hier ist noch was los, hier ist was los bei mir. Der ist auch sehr low. Genau. Äh, Flash. Oben ist Tock. Ja. Ah, du hast den sogar. Okay. Der ist wo an hier. Ja, ich push den. Seht ihr die Richtung eigentlich auch? Da ist einer. Ist genau vor ihm. 100. 100. Oh. Ey, ich bin One-Shot. Keine Linke. Treffen auf jeden Fall. Einer cracked. Ich muss battlen. Oh, ja. Wow. Die können abmachen jetzt, ne? Ja, die tun's. Ja. Close vor mir. Ich zieh auf den. Ich hab deine rechte Seite. Die sind auch gebettet. Einer über mir, über mir. Oben. Lock. Hier. Einer cracked. Der Qt. Noch 11 hinterher geben. Die Brette einfach. 140. 140 auf den hinteren. Ja, ich bin low. Ja, der auch. Der ist hier. Ich scanne in zwei Sekunden. Ich push den jetzt. Ja. Komm mit. Hinter mir. Oh nein. Nein. Ich komm vielleicht weg. Kannst du kurz mal schießen? Ja. Regrouped. Regrouped. Ich hab den. Ich hab den gefinished. Wir sind abgehauen. Das neue Team pusht. Scannen wir. Unter hier ins Haus? Ja. Die pushen gar nicht. Ja, aber ich bin trotzdem ins Haus. Ich will mal Bull healen, Mann. Okay, die schießen aber jetzt auf die andere Seite. Okay, wir haben halt... ...Rotspot. Nehmen wir das schon? Die können dann halt hinter uns rotieren, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ich hab irgendwie keinen... Mach mal langsam. Was brauchst du? Ich hab Leid. Heels. Also Bats. Shields. Irgendwas. Kanaten kann ich dir geben. Und Leid. Ne, ich hab 250 Leid. Dann kriegst du gar nichts. Komm. Ah, der ist noch, oder? Umlocken. Hier die noch nicht. Problem. Ja. Ich hab keine Zellen mehr. Ich hab keine Zellen mehr. Die da sind eigentlich gefickt. Oben auf dem Berg oder wo? Ne, hier. Die waren zu doof, sich um den Spot zu kümmern. Die haben die ganze Zeit da hochgeballert. Kappel, ich glaube, du bist der einzige, der noch Batteries oder Shields hat. Äh, drei. Ja, die rechts sind schon wieder down. Könnt ihr da irgendwie drauf schießen? Also von mir aus geht's auf jeden Fall. Das obere Team macht mir viel mehr Sorgen. Die müssen jetzt kommen. Obere Team noch nicht. Nein, die rechts müssen kommen. Ja, die müssen noch kommen. Ja, die müssen noch kommen. Ja, die haben aber, glaube ich, einen Winkel auf die, ne? Da. Ja, die spielen das Ding. Nock. Wo ist der fucking Solo? Aber wir können eigentlich spät move'n. Wir haben fast die Mitte der Zone bei uns, ne? Ja. Ich habe keine Zellen mehr. Ja, ich muss defensiv spielen. Wo ist Loba, wenn man sie braucht? Halt. Ja, ich würde sagen, wir move'n ganz am Schluss erst. Die kennen den Solo, glaube ich, oder? Das machen die. Ja. Ne, die kicken die von dem High-Ground. Die waren aber nicht zu einer. Das ist halt der Ult jetzt, weißt du. Wie können die denn da drauf stehen bleiben? Trotz Bangalow Ult. Ja. 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 Versucht einfach, so wenig wie möglich Damage zu kassieren. Ja. Schwierig mit der Kacke. Ich scanne. Ein Team droppt hier jetzt gerade hin. Ich glaube, das sind die Letzten, oder? Ein Team tot. Letztes Team, letztes Team. Einer cracked. Ne, oben. Die brennen, die brennen. Boah, ich habe so viel David gemacht. Genau. Einer noch. Stark. Boah, üblin' Damage. Ja, ohne Schild gewonnen, nice. Ja, ich hatte noch Nails. Nicht schlecht.